Hi, ich bin Joachim Willming. Ich arbeite als globaler Produktmanager im Bereich Aquaristik bei Oase. Heute möchte ich Ihnen die neue Scaper Line Range vorstellen. Neben der Highline und Style Line eine ganz neue Serie in der Aquarienfamilie. Die Range speziell für Scaper, von Profis für Profis. Modernes Design. Es wird erhältlich sein in zwei Dekoren in den Farben Grau und Schwarz sowie in den Größen 75, 180 und 250 Liter. Die Scaper Line Aquarien sind einzeln und als Set erhältlich. Fangen wir beim Aquarium an. Das Opti-Waltglas sorgt für eine klare Sicht auf die Unterwasserlandschaft. Perfekt dünn verklebtes Glas stören den Betrachter kaum. Die Seitenscheiben wurden auf Gehrung gesägt und geschliffen, so entsteht eine ganz neue Optik ohne Ecken und Kanten. Beim Schrank lässt sich sagen, dass wir hier nur hochwertige Materialien nutzen, die ein durchdachtes System darstellen. Verschließbare Öffnungen an beiden Seiten und weitere Öffnungen auf der rechten und linken Rückseite bieten maximale Flexibilität. Eine ausziehbare Platte befindet sich im Innenraum für den Außenfilter. Werkzeuge können Sie sauber und sicher an der Magnetplatte in der Innentür aufbewahren. Selbstverständlich befindet sich in unserem Unterschrank auch ein Handtuch und Kescherhalter. Kombinierbar ist unser Scaper Line mit der Highline Premium LED und der optionalen Oase Control App. Auch für den Point of Sale halten wir interessante Möglichkeiten für den Verkaufsraum bereit. Die Scaper Line Aquarien, speziell für das Schaffen von Gesamtkunstwerken für Scaper, von Profis für Profis. Vielen Dank für Ihr Interesse und viel Freude mit dem Scaper Line Aquarium.